Puppet side bend. Das ist heute ein bisschen eine Challenge. Involved einen Cross-Step, aber einen weiten Stock, Speer, Langaxt, Schwert, auch Steel Maze. Fünf-Kilo-Vorschlag haben wir eigentlich hervorragend mit dem Gewicht auf einer Seite dafür. Über Stock, halber Kopf. Der geht weit nach hinten. Jetzt wird es entspannen. Okay, und in der Position dann beide Füße pressen in den Boden, Stock stemmen, Kinn leicht rein, C-Compression. Auseinanderziehen des Stockes, dann side beugen. Der Arm schiebt noch, er zieht zusätzlich. Von dort lasse ich meine Schilder normalerweise nicht mehr ganz aufstehen, sondern ich kann es einfach tief in den Squat wechseln und aus dem Squat heraus auf die andere Seite. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.